Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Crystar, wir sind immer noch in dem, ich weiß nicht, wie das heißt, in diesem Horrorhäuschen, uns verfolgen, in diesem Revenant, wo ja, soweit ich weiß, zu einem unserer Mitglieder wird. Äh, was soll denn das werden? Egal! Platz 15. Oh, ich bin mal wieder hochgekommen. Ich bin neue Fähigkeiten, ich bringe ein Fähigkeiten sucht, die man will alles ausprobieren und wir alles mal gemacht haben. Was ist denn da oben? Ah, hier schon wieder. Was, hier keiner mischt? Hahaha. Oh nein, was soll ich nur tun? Alter, bei so vielen Dingen auf einmal ist das auf jeden Fall saustellend oder aufgeladen. Oh was? Schön mit normalen Schlägen tragen. Oh, das lässt sich gar nicht mehr auch wieder tot ist. Ist das ne Schweinerei? Hab ich jetzt schon wieder. Viel Stück fehlen mir noch. Oh, warte mal, ich kann ja wieder... Ach komm, ihr wollt mich verarschen. Alter! Wie wenn ich mal in ihrer Zange habe? Jetzt muss ich doch mal ein wenig vorsichtig sein. Komm her, ich muss meine SP aufladen. Ich freue mich über deine Opferbereitschaft. Oh, Pantokmann. Warum hat er eigentlich drei Augen? Jemand hat drei Augen, voll unrealistisch. Oh, falsche Handlung. Ich bräuchte irgendwas, wo meine SP mehr auflädt, wenn ich, ähm, Gegner verdrisch. Ich hoffe, da gibt's dann später auch noch irgendwas. Oh! Oh! Hm, ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Oh, was das ist das? Yuki und... Mädchen? Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hm? Mädchen ist das was? Was? Leih-chan! Wacken ist es nicht. Sie sind ein Mensch. Sie ist ein Mensch. Leih-chan? Heee! Leih-chan ist das Name! Mein主, der Seid. Sie sich im Vordergrund der einen Verwenden. Ich weiß nicht, dass ich ihn zuerst beher. Als ich die Augen zu verabschieden habe, war das nicht so schlimm. Ich glaube, dass ich das applications verbeiseite. Ich bin jetzt nicht allein hinterher, wie hier. Ihr könnt euch mit 7-Nana spielen und mit 7-Nana spielen. My goodness. Ich bin nicht hilfreich. Ich bin nicht so gut, dass ich mich nie mit 7-Nana spielen würde. Ich bin sehr schön. Das ist mir nicht so gut. Sok? Wir sind alle zusammen! Wir sind jetzt mit N-N-N-N-T-Reyn, der Showtime ist! Wir wollen nicht auf der舞台. Es? Wir wollen nicht auf der舞台. 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 Ich liebe euch die Hälfte. Wenn man sich die Hälfte zu essen, dann kann man sie auch essen. Das ist doch auch du. Let's enjoy it! See you! Ich habe gesagt, dass ich mich nicht mehr überrascht habe. Das ist ein Ort der Sirene. Ich habe mich überrascht. Wir gehen weiter. Wof? Ich habe vergessen, dass ich in die Inmation nicht vergessen habe. Wof? Ich habe vergessen, dass sie in die Inmation nicht verletzen. Wof? 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 Chuunified Torments. Deswegen ist das alles ein Gefängnis-Ding mit Sirene und so. Weil der Typ aus dem Gefängnis, der im Gefängnis gestorben hat, ... Alright. Organize fuse. Reason to live Woa, 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 woa. Reason to live hat. Auf jeden Fall... Ja gut, ich bräuchte jetzt noch einen Dreier, ne? Oath of Hate. Da bräuchte ich Oath of Hate 3 noch. Okay, für das bräuchte ich Reason to live 2, hab ich nicht. Achso, ja stimmt, die hatte die Schwerte. Regret Drop 3. Oh ja. Halt, andersrum. Okay, das hat jetzt 100. Boah, scheiße, das bräuchte ich 7 Stück. Warte mal, ich hab... Ich hab eh schon stärkeres und hab's dann fusioniert. Broken of Joy. Die brauch ich eigentlich gar nicht. Kann ich die eigentlich irgendwie umwandeln? Hm. Pride of Sorrow End. Äh, warte mal, kann ich die sortieren? Order, genau. Was wir ausgerüstet haben, ist das da. 40, 20. 50, 30. Survival Instinct. Okay, das rüsten wir einzeln aus. Äh, Start. Sentiments. Ich hab mir das fusioniert so sparen können, ey. Pride of Sorrow End. Und... Ah ja, warte mal. Ordnen. Survival Instinct. Survival Instinct. Oath of Hate. Stryer hat 100. Reason to live hat 50. So haben wir hier nix. Okay. Der Rest passt. Skills haben wir ausgerüstet. Stakes of Protection. Nein, falsch. Spell, Law, Tornado. Genau. Dreieck. Power Slash of Viereck. Okay, 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 okay. So haben wir eigentlich alles. Der Rest brauchen wir nicht Ordeal. Cage of Dynamization. Believe in Justice. Wir müssen das nicht Wirklich. Ich weiß nicht, wie es das Gehäuse ist, wie es das Gehäuse ist. Ich habe gesagt, dass ich einen anderen Ort gehe. Wenn du siehst, dann werde ich es nicht verletzen. Ich habe auch gesagt, dass ich etwas im Hintergrund bin. Ich glaube, dass ich es nicht verletze. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht so etwas sagen kann. Ich glaube, dass du so an dich zu verletzen hast. Ich bin so ein bisschen stolz. Ich habe mich nicht so verletzt, aber ich habe mich nicht so verletzend. Ich bin so sicher, dass ich mich nicht so verletzen habe. Ich bin so verletzend. Ich bin so verletzend. Ich bin so verletzend. So, ah ja, schon. Ähm, warte mal, kann ich eigentlich auch verkaufen? Was hat die da schön zu tun? Joy brauchen wir eine Menge, ne? Guck mal, 14. Oder eher 25. 25, äh, ja. Warte mal. Ach so, kann ich immer mehr als 10 einkaufen? Oh Mann, ich kann hier gar nichts verkaufen. Ja, ja, nerv mich nicht rum. Böse Schocktus. Alter, was ist wirklich für ein Schwert? Ja, ja, geh aus dem Weg. Cool. Das Fusen kann ich aber auch mit zu Hause, ne? Stimmt, ja, weil es ja nicht mehr verbringen muss. Oh. Scheiße. Nee. Kann ich ja nicht einfach wieder rausgehen? Oh, stimmt, was hat die... Ich bin gespannt, wie stark die da noch werden. Weil ich mein, zu dem Level haben sie schon ziemlich gestartet jetzt. Oh. Alter, normalen Schlag, 200. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hammergeil. Für die Einzelne ist auf jeden Fall die Kokoro einbest. Nee, 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 nee. Als ob ich das nicht gesehen hab. Böse Wuff. Ja, ja, ja. Ich bin nicht so. weg mit dir ok da gibt es bloß mal bitterchocolate schön alle herkommen ja das ist ein stärker und das was ist was das jetzt für ein arroganter ich hab sie gesehen was du vor das sei auch die zu entschuldigen man die haben zu sterben ganz einfach so dass wir uns Warte drauf bis ich seinen Boss vermöbelt hab. Ja, ja, wenn ich genau so lange warte, bis ich auf ihn gehen kann. Trottel. Hab ich dir da nix beigebracht? Warte, ich hab ihm nie was beigebracht. Müssen wir schon wieder durch? Das ging fix. Ich weiß immer noch, wie die schwerer sind. Das sind einfach nur Deko. Ich will auch so ein Dekoschwert haben, das mitten durch mein Haus geht. Nein, 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 nein. So. Ich muss auf jeden Fall mehr wechseln, dann geht es auch besser von starten. Kokoro-san, ich versuche. Geh mal. H-H-H-Tekoschwert. H-H-H-Tekoschwert. H-H-Tekoschwert. H-H-Tekoschwert. Geh mal. H-H-H-Tekoschwert. H-H-Tekoschwert. jetzt auch wegzulaufen trifft aber auch mehr ich bin gespannt wie die angreift ich bin gespannt wie ich Bitteschön. Kombination Attack. Bist du, die geht hier wieder ab, Mann? Ah, ok, sehr gut. Sorrow. Kann man alles brauchen. Spätestens dann, wenn ich sie wieder sammle. Wow. Ja, laufend nicht vorbei, während ich auf die Vorrede wechsle. Du elender Müskerl. Und tschüss. Ich bin die ganze Zeit nur noch am Beleidigen, könnte es sein. Aber was wollen die Gegner denn machen, mich verklagen? Da hat sich schon mal bei mir jemand aufgeregt. Ich meine, wenn ihr jetzt schon länger bei mir nicht spielt, die Filme, äh, Filme sag ich schon, die... Dann wisst ihr ja, wie ich drauf bin. Nein, ich beleidigen kann ja auch nicht. Wen interessiert es, ob ich einen Monster beleidige oder irgendeinen Fisch oder sonst. Irgendein Spock. Der wohl im Spock ist. Genau. Ich bin's. Das ist das, was ich mir richtig gemacht hab. Ich bin's. Das ist der Ende. Ich habe ihn nicht. Ich bin's. Oh, das ist ja bei dir. Hey! Don't worry about it! Ich bin hier. Ich bin hier. Was ist das Geheimnis? Ich habe mich an anderen Geheimnis zu呼fen. Hast du dich daran erinnert? Hast du den Geheimnis gefunden? Ich weiß nicht. Ja, ich habe schon gesagt, aber was gibt es hier in der Mitte? Es ist kein Recht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alles klar, wir sehen uns wieder. Will du wieder mit dir kommen? Wenn du dich in die Gefühle geholfen hast, dann kannst du nichts mehr machen. Es ist eine Entscheidung. Ich bin kein Mensch. Ich bin Hatada Rei. Ich bin dein Name. Danke. Ich nenne dich jetzt Fido. Nettwerk renn, Nettwerk renn, danke. Man zur Hölle ist die eigentlich auch damit zu Hause gekommen. Habe ich ne neue Fähigkeit bekommen? Nail Feather, ein langer Rang Spezer schützt 3 Homing Feather. Es ist kursiert mit einem Weakening-Effekt. Feather Edge, ein langer Rang Spezer schützt 3 Homing Feather. Warte mal, wo ist der da? Müssen wir nochmal einsetzen. Homing Feather, zieh suchende Federn. Hä, warte, soll das nicht mehr sein? Ah! Geht weg von mir! Ich bin bereits trocken, ich will mich nicht abtrocknen lassen. Die Dinger hier auch neues, gell? Hätte mich jetzt auch gewonnen. Wobei die Dings, die wir schon teilweise hast, ist so viel ab wie die Kokoro, ne? Ja, wobei... Das kommt immer drauf an, wie man trifft, ne? Da unten ist das Ziel, da gehen wir mal kurz hier hoch. Oh! Got Recoil Wroth. Recoil Wroth. Ah, Dester! Äh, Sentiments. Ich guck dir zweimal Holy. Recoil Wroth. Attack Down Immunity. Curse Immunity. Increase magische Verteidigung. Bleeding Immunity. Find ich gut. Das wird mir interessiert. Wow, einfach nur einen längeren Weg. Wow, das Spiel hat mich grad voll getrollt. Ne, warte, was da hin? Ah! 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 Ich sterbe einfach nur als Maul. Wie ist das Maul? So. Das wäre ein anderer Weg gewesen, ne? Ja, dann ignorieren wir den einfach. Hey scheiße, Mist, was war da unten gestanden? Hm, da bin ich nicht aufgepasst. My Achievement, ich habe es nicht mitbekommen. Na gut, bevor wir jetzt in dem Gebiet weitergehen, bedanke ich mich wohl fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von, jetzt wollte ich Astral Chain sagen, Crystar. Macht's gut und Servus.